Zack, 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 hier auch noch mal hin. Ich hab, ich hab Lara gefunden, ich hab's leicht zurückgebrochen. Stefan, Stefan, man kennt Stefan nicht anders, er muss immer im Stream die Löcher spachteln. Digga, wie sagte eins unser, keine Ahnung, was auch immer Minister, Digga, äh, ich hab keine Ahnung mehr, ist schon so lange her. Löcher sind da, um gestopft zu werden, Junge, das ist jetzt meine Mission. Aaaaaah, die Strömung, aaaaaah, hab's geschafft, so. Jetzt hab ich schon wieder voll bin, Alter. So, passt. Ey, ist so viel Kohle in der Ecke, ne, meine Fresse, und ich war auch schon jemand. Aber hier ist trotzdem noch alles da, Redstone, Kohle, alles ist noch hier. Ach, das könnte ich gewesen sein. Hier ist ne Höhle. Eine riesige Höhle. Ich nehm auch ne Höhle. Ich nehm auch ne Höhle. Ich nehm alles mit XP, was auch noch. Müll, aber alles mit dem. Scheiße, ich hab nicht markiert, wo ich reingekommen bin. Äh, fuck. Irgendwo bin ich hochgeschwommen, irgendwo bin ich hochgeschwommen. Äh, hier kam ich, glaub ich, raus. Irgendwo hier. Da. War das nicht hier irgendwie? Äh, scheiße, ey. Nicht aufgeachtet. Wenn Stefan zu zweifelt ist. Digga, ich hab keine Ahnung, wo ich nicht hier reingekommen bin. Ich muss irgendwie wieder einen Weg finden. Shit, komm. Komm jetzt hier einfach hoch. Genau, jetzt nochmal hier rauf. Jetzt nochmal hier rauf. Als ob die Strömung so stark ist, dass man da nicht ankommen kann, Alter. Was ist denn mit Minecraft passiert? Lava kann weg. Brauch keine Sau. So, dann haben wir hier nochmal ein Ding drum. Er wird sich fest, jetzt auf einmal stellen, jetzt schon vor. Wir begeben uns einfach so in der Höhle. Aber so nebenbei. Es geht um. Alter, ist hier viel Wasser. Viel viel Wasser. So. Kann das sein, dass du einen Weg durch die Lava durchgebaut hast? Für dich? Keine Ahnung. Ah ne, das war ich. Jetzt mal hier und zack, das Wasser muss jetzt weggehen. Ah, das Wasser geht weg, top. Meine Fresse. Halber Tsunami hier drinnen. So, wie komme ich jetzt hier wieder zurück? Irgendeinen Namen, glaube ich, gerade gesehen. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. In diesem Moment, wenn man in Wasser einfach zum Metall geht und fast in den Lava reinfliegt. Hier bin ich hergekommen. Hier ist mein Gang. Gut, dann brauche ich den noch ein bisschen weiter rein, damit ich den auch deutlicher erkennen kann. Du hast dein Geburt gefunden jetzt, oder was? Deine Mutter. Wir sind Schwester, wir sind Brüder? Voll. Nee. Nein, stimmt gar nicht. Ich habe mich schon immer eine kleine Schwester gewünscht. Nice. Ja, dabei bist du meine kleine Schwester. Hauptsache, dieser Moment, wenn meine kleine Schwester sagt, obwohl du älter bist wie ich. Ja. Ja, ich bin deine große Schwester wahrscheinlich schon mehr Sex gehabt, als du jemanden haben bist. So, lass mich mal ganz kurz hier ein bisschen Stuff holen. Digga, als ob hier Redstone ist und Kohle, Alter. Hier ist kein bisschen Lapislazui, Digga. Hier ein kleines bisschen hier. Da ist schon wieder Redstone. Lapislazui. Lapislazui. Und schon ist Lava, Digga. Alles klar, brauche ich direkt so hier, bevor ich nicht mal auf die Gedanken komme und da reinspringen. Ah, bock, weg. Das ist doch so nach dem Motto. Ich habe kurz einen Blackout erstmal reinspringen gegen Lava, Standard. Rein da. Nein, ich sag selbst, hat Gedanke. Jetzt wird es weggespült, wie auf so einer Toilette, Digga. Ich baue es ab, es fällt runter, jetzt Wasser und blbblblblbl weg. Keine Ahnung, wo es denn ist. Wie auf dem Klo, einmal weggespült. Warten wir, nämlich die, nämlich das Esel da oben noch mit. Ohne werde ich doch immer wieder zurückkommen. Ich doch mal hier in dieser Richtung ist nicht unbedingt viel Das komische ist halt Ich habe so viel Redstone gefarmt Und ich habe jetzt schon fast wieder ein Stack Eisen Ich farbe nicht mal Eisen Ich bekomme es einfach Es ist übrigens random Hat es auch noch ein bisschen dazu So seltenes Ich habe es bis jetzt glaube ich nur einmal gefunden Ich höre es doch damals auf dem Hotel Weil du uns eine ganze Zeit darüber beschwert hast Du es bekommst, jetzt brauchst du es nicht Also ich habe jetzt nochmal vier Blöcke mehr Ich habe jetzt sieben Blöcke insgesamt Ja top, ich habe vielleicht einen gefarmt heute Oder zwei, ich glaube zwei Ne, drei könnten noch sein 40 Stück oder so habe ich gehabt Können ein bisschen mehr sein, aber ich weiß es nicht Keine Ahnung Aber ich habe eine Menge Kohle gefarmt Sehr viel Kohle habe ich gefarmt Und es nervt langsam Langsam, ne, es ist wirklich Minutes Kohle, nein, scheiß Digga, ich habe So viel Kies So viel Eisen Ich habe schon wieder Eisen gefunden Ach shit stimmt, ich muss ja unbedingt noch raus vor Ende der Aufnahme Fuck stimmt, das finde ich hier absolut nicht mehr raus Digga, wenn ich nächste Woche mich hier hinsetze Äh, 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 shit Ich habe mich fast vorbeigebaut Ich würde sagen, ich schnappe jetzt, Digga, ich glaube ich ziehe jetzt hier echt von Dannen, Alter Wenn ich hier noch länger drinnen bleibe, finde ich gar nicht mehr raus Ich habe jetzt schon kaum noch Ahnung, wo ich umher gekommen bin Aber ich finde hier immer wieder was Neues Hier ist einfach so viel Stuff und dann so viel Rats da unterhalb teilweise Das ist der Wahnsinn Das ist der Wahnsinn Du hast komplett so ein Tag voll Gravel Mhm Komm, Mia, lapp ist dazu, ihr auf Ehre jetzt, einmal Einmal, mehr will ich nicht, einmal Komm, scheiß Spiel Ach, du musst schon wieder eisen Eisen nehme ich natürlich mit Eisen, Eisen, mild So, aber jetzt muss ich wirklich zurück Alter, wir haben noch, äh, 13 Minuten, ne Können knapp werden So, auf, nach Hause Auf, nach Hause Digga, wenn ich mich mal wieder doppelt, man hat Nervt das hier Ist das Kevin, ist das Hasen, ich weiß nicht Ich sehe beide im Schiff manchmal Merkwürdig Jetzt hoffe ich mich gar nicht mehr, okay Ich bin gerade gestoppt Ah, ich verstehe schon, ey Ah, jetzt mach ich mich ja doppelt geil Digga, willst du dir irgendwas dagegen machen, irgendwie mal ein neues Headset oder so? Ich werde mir nächstes, äh, nächstes Mal, demnächstes Mal so ein Blueberry über das Internet bestellen, weil ich hab mal so ein YouTube Video von Ami gesehen, da kann man auch die Man, der fucker, kauft dir ein Turnit Beach, Junge, kauft dir ein vernünftigeres Nein, man kann da, äh, da drüber kann man dann einfach so ein Mikro anschließen an die Xbox und dann darüber reden mit normalen Kopfhörern dann Das ist halt so ein Mikrofon, was normalerweise Leute für YouTube und so verwenden, halt für Xbox und ich glaub's kostet nicht mehr viel Meinst du das Klingesteckeranschluss oder so hat das Ding, ne? Klingesteckeranschluss oder so hat das Ding, ne? Hm, ja, glaub schon, ja Genau, hier bin ich hierhergekommen, dann bin ich hier hinten rum und daaaann, oh fuck Hier Was würdest du mir eigentlich antun, wenn ich mir jetzt die Welt hochbauen würde und einfach dein, äh, einfach dein, hier einfach durch dein Haus durchbaue? Äh, keine Ahnung, Kniescheiben und so, weg wahrscheinlich Kniescheiben und so? Kevin fabbt immer noch Kies, Kevin, wie viel Kies brauchst du eigentlich? Viel, viel, viel Kann ja nicht schaden, da muss ich nie wieder hier hochgehen Es ist immer noch runter, Kevin, geografisch gesehen Sag jetzt nicht, du hast den Weg so abgebaut, dass, oh Kevin, du hast es so gebaut, dass man gar nicht mal weiß, wo man hergekommen ist, ne? Hier runter, hier 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 Kevin, Alter, was machst du? Was hast du mit dem Gang gemacht, Alter, das sieht jetzt immer so weird aus, Junge Ich hab das ganze Kies abgebaut, dass es weg ist Ja, Kevin, das ist schon eine riesige Halle hier, ne, die ich gebaut hab, Alter, mach ich in die Fresse, ey, es war mir nicht, je lang hier bin ich stolz drauf Ja, kompletter Langeweile, einfach komplett das Ding ausverhüllt hier Ich glaub, dein erstes LPT war, ich glaub, da war sie nicht so groß, da hattest du es einfach nur Nee, der war nicht so groß, aber es war, glaub ich, äh, sah besser aus als die hier, ne, die ist halt mehr so, da Die hab ich einfach nur aus Frust gebaut, oder so Ich weiß nicht, ob das jetzt eine gute Idee ist, ich baue jetzt einfach jedes zweite Ding einfach nach oben Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist Aber wenn mir irgendwann mal Laber geht, kommt keine gute Idee Mach was du willst und nehm mit den Konsequenzen Ich mach die Konsequenzen grad nur für dich, damit du deinen scheiß Laber saß, Alter Ach, hör auf zu eulen So, ich hab vier Lapis-Latoui-Blöcke gefarmt, wow Und 51 Eisenblöcke Und 25 Redzone-Blöcke Leck mich, Alter Ich glaub, du hast mir Eisen gefarmt, weil das ist ein Lapis, Alter Ich hab auch so gut wie gar kein Lapis gefunden Ich hab alles andere gefunden, in Tonnen Möglich Das witzige ist, ich hab Lapis genug für ne Dias Hm, da sucht Dias Und du findest Lapis Such Dias, okay So 10x10 große Dingen voller Lapis Die kann weg, die ist fast ein Schrott Ah shit, ich muss die neue Pickaxe machen und die auch wieder verzaubern Ah shit, hier will ich auch gehen Mach mal ne Dias-Spitzhacke, scheiß drauf, Digga Ich hab so viel Stuff Mach mal ne Dias-Spitzhacke hier Ich hab wieder einen Platz frei, Alter Top Ich hab einen Rich Boy Kennst du YouTube-Meiner So viel dazu YouTube-Meiner gibt's nicht Gibt's doch anscheinend Kein Scheiß Ich will jetzt wahrscheinlich demnächst auch mal hingehen Gewerbe anmelden Diesbezüglich Da werden wir eigentlich Einnahmen generieren Keine Ahnung Mal sehen wie es ist Mal gucken wieviel es abwirft Sagen wir mal so So kann man es ungefähr formulieren Formulieren Ich hab mir da schon mal ein bisschen was angeguckt Ich werde einfach mal hingehen Das mal machen Ich hab so viel Witz jetzt auch nicht abwerfen Natürlich nicht, aber Einfach mal damit ich es gemacht hab Einfach damit ich weiß wie es ist quasi Du weißt ich hab meinen Kanal schon so lange Ich hab nie Geld damit verdient oder so Einfach mal gucken wie es ist Mal gucken wieviel man verdient quasi Vielleicht ist es ja ganz gut Naja ich sag mal so Ich rechne bei meinem Kanal Wenn ich alles so angucke Sagen wir mal Twitch YouTube Alles zusammen Oh net 150 Euro im Monat Wahrscheinlich Dann würden wir auszuschätzen Vielleicht Vielleicht um die 200 Ich weiß es nicht Ich werd mal gucken Davor hab ich dann halt es Ja sag ich's mal so Ich sag's mal so Ich sag's mal so Um davon zu leben Reicht es jetzt auf jeden Fall mal nicht Nö definitiv nicht Aber das ist ganz cool mal so zu sehen Da kann ich mich mal ein bisschen auseinandersetzen Bissin einheimen und so Bissin spekulieren LAPIS Klick bei Videos hochladen Fake Gewinnspiele machen Klick bei Subnails machen Mal gucken wieviel man verdient Na ja Mal sehen naja Katja Krasovic noch ins Thumbnail machen oder? Wahrscheinlich Ja natürlich Digga Ist nie weg gewesen aus meinen Thumbnails Digga Immer da gewesen Die Allerechte So Ja Jetzt hab ich schon wieder was geframmt Ich würd's auch machen Auch gleich langsam Schluss Ne Ich hab grad vier Blöcke LAPIS gefunden Und ihr habt's mir abgeworfen 26 Geil Ja nice Hast du überhaupt ne Glücksspitzhacke? 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 Nein What the fucker warum 0 4 zischt Alter Oh man ey Ey Der hat hier noch LAPIS 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 Interessant Digga Sehr interessant Sehr interessant Ich muss das Spiel langsam ausmachen Ich bin jetzt so oft schon Ich bin schon so lange in dieser scheiß Hölle unterwegs Alter ich krieg gleich die Depression Ist doch Ist doch Und ich baue ab Digga sich hier durchzubauen und nix zu finden Wenn ihr mich doppelt Ich glaub euch beinahe halt, what the fuck ist das für ein Korr Du hörst dich bei den einen doppelt, aber bei dem anderen auch Das ist so strange, ne Ich versteh aber nicht mal warum du dich verstehst nicht mal Weil auf den S4 nirgends hat man sich doppelt Nur auf der Xbox Keine Ahnung geben, ich kann's nicht sagen Ich hab' jetzt an einem Headset Vielleicht weil du's einfach das falsche Headset hast oder so An mir kann's ja nicht legen, ich höre ja so gut wie niemanden doppelt außer euch beide Ihr seid die einzigen Meinen, die Stoppeteurer Wahrscheinlich seid ihr auch die einzigen Meinen, die kein Turtle Beach Headset haben, nicht wahr? Ich hab' keins Ja siehste, die Sache kommt Langsam kommt hier alles zusammen, Digga Langsam fügt sich alles zusammen zu einem Bild Kauft euch gefälligte Beach, ihr Motherfuckers Sooo Gott warum mach' ich die Ach stimmt, jetzt weiß ich wieder Ich hab' dieses Wort Motherfucker so momentan wieder im Kopf drin Einmal weil ich Pulp Fiction geguckt hab' Und Samuel L. Jackson das gefühlt 50.000 Mal im Film gesehen hat Äh gesagt hat, alter Fucking Samuel L. Jackson, ne? Gott, dieses Wort, ey Ich frag' mich wie lange er noch im MCU mit drin ist, weil ich weiß auch nicht Digga er ist auch schon Äh, auch nicht mal der Jüngste, ne? Äh, langsam Äh, auch schon scheiß alt, ne? Langsam kann man mal irgendwie einen anderen Schauspieler mal reinnehmen Das will immer noch eh秀 und Arist students Willst du schlagen auch mal für Stefan? Wieviel ein bisschen Ja Есть Aber männlich Jouchte Brauchst du immer noch ehm... Sandsteine Und ein wenig Re force Mhmm, bin ich durch mit Nisch Du bist durch Ja Hab ich durch глаза und nach dem clues gemacht ich finde sogar gold hier ist so deprimierend einfach ich finde einfach nicht das was ich will aber ich finde alles andere so anstatt dass du spiel mal auf ehre auf ehre wo ich rauskomme ja keine ahnung spiel mal so auf ehre jetzt bis nach pizza zu mir am kopf schmeißen also einfach so auf ehre nein digga kriegst du nicht ins knie kannst du dich mal ficken kriegst du nichts ich glaube ich glaube ohne scheiß wenn du jetzt mal wirklich bei youtube alles anforderst und dann mal so wirklich mal so produktplatzierung machen würdest du glaub ich sogar ein bisschen mehr als so verdienen produktplatzierung werde ich nicht machen digga das mache ich aber nicht auf jeden Fall ich würde sagen die Aufnahme ist jetzt trotzdem erstmal zu Ende ich will diggig immer noch ein paar andere Sachen machen ich mal dieses ganze in der Höhle rumbauen digga das ist auch nicht das ganze spaßigste ne hallo nein ich muss jetzt den Lappischblöck umwandeln oh shit ist doch schön da kriegst du den Schlag auf den Nachen Nachen auf den Nachen oh erstmal strecken hier die ganze Zeit ich sitze die ganze Zeit bei Minecraft Aufnahmen immer in einer Position ich bewege mich keinen Zentimeter aber wenn ich mich dann bewege so alle Muskeln so oh scheiß wechselt das Tier noch okay das war so viel gefelten mit der Minecraft Aufnahmen es ist beim nächsten Mal bis nach Notronterf Terry auf Wiedersehen tschüss Ich habe neue Lappischblöcke tschau 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 Vielen Dank.